so liebe freunde der gepflegten unterhaltung heute das wie versprochen Video vom Krame während der Testfahrt ich habe mir jetzt hier etwas zusammengepackt für ein paar Bekannte einmal hole ich mir ein Milch, habe noch ein leeres Glas von Wurstzeug, was ich ihnen mitbringe und ein wenig Obst hier drüben noch ein paar Kataloge für sie und mal Zubehör für die Kamera ich mache mich jetzt gleich auf den Weg mit dem Schlepper zuerst einmal vorglühen und dann schauen wir mal, ob das Ganze jetzt dicht hält ob das Ganze möglichst winddicht ist, aber das zeigt sich hinterher dann erst einmal vorglühen der Motor ist zwar überholt, aber der Jüngste ist ja trotzdem nicht mehr also da sehe ich schon, da ist schon ein bisschen was reingelaufen, aber das ist nicht schlimm das Armaturenbrett kann das ab, das macht dem nichts wie gesagt, ein U-Boot wird aus dem Bulldog ja nicht, soll es ja auch gar nicht mir ist wichtig, dass ich wieder bequem drauf fahren kann also 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 dass das Scheibenbücher funktioniert das Wetter passt ja dementsprechend mit dem Zug zum Dach also 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 auch auch also auch also also auch also auch also Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.